Was wichtig ist, gleich gehen wir in die Mission hinein, die Terroristen erschießen, die Zivilisten befreien, beziehungsweise die Zivilisten musst du festnehmen, zu ihrer eigenen Sicherheit, damit sie nicht immer wegrennen. Und wenn du ein Zivilist schießt, ist die Mission beendet. Dann sind wir gescheitert. Okay, so, warte, long tactical. Und manchmal ist das schwierig, beide zu unterscheiden. Klar, manchmal sind die, die Terroristen sind meist, Terroristen erkennst du daran, dass sie, okay, gut, machen wir learning by doing. Das Problem ist, die sehen alle aus wie Terroristen. That's true. Was machen wir denn für eine Mission? Die Gas Station. Komm, die Gas Station ist gut. Gas Station, der Gas Station. Machen wir dann Barricaded Suspects. Du kannst ja die Mission von dem einen Kriminellen wählen, der fix verschickt. Ich kenne die nicht. Ich kenne solche Leute nicht. Den suchen wir jetzt, Paul. Das ist der Dikinator. Ja. Und deswegen gehen wir jetzt zur Gay Station. Das ist wirklich nicht unsere Uhrzeit. Oder wir drei um die Uhrzeit ist keine gute Kombi. Ich habe schon den Titel für YouTube. Das war direkt gelb, das Video. So, hier sind wir. Ich gehe noch immer so langsam. Okay, das war's. Ich bin raus. Nein, Paul, das ist... So, könnt ihr mal ganz kurz auf meine... Ist das Maximum hier, was ich an Laufen habe? Das? Nein, wenn du Shift drückst, läufst du langsamer. Das ist doch nicht wahr, oder? Es ist ein Tactical Shooter. Oh mein Gott, erschreck mich doch nicht so. Okay. Also, wenn ihr irgendwo denkt, dass was ist, dann sagt es mir, dann gehe ich mit meinem Schutzschild vor. Ja. Also, Paul, ganz kurz. Ein... Ja, das ist gut, Friendly Fire, Paul. Habe ich auch nicht anders von dir erwartet. Also, du switchst die Weapons mit 1, 2, 3, 4, 5. Ja? Eins... Ja, das funktioniert auch, Friendly Fire. Gut, ich bin auch links am Arm verletzt. Danke. Echt jetzt? Sehr gut. Ach, du Scheiße. Stimmt, du blutest. Ja, ich weiß. Okay. So, Paul, komm mal her, ich nehme dich fest. Wie mache ich denn das? F, ne? Jetzt schon fesse Spielchen, das geht doch gar nicht beieinander, oder? Ja, leider. Ist das so ein Guckenglasöffner in der Hand? Ach so, nee. Also, und jetzt kann ich dir in den Hintern schauen, wenn du dich mal kurz nach vorne büchst. Will ich nicht. Komm schon, muss man auch Brost hinter untersuchen. Wir haben auch Betäubungsgranaten dabei. Die schiebt man aber hinten rein und aktiviert man sie. Okay. Also, ich schau mal, ich schau mal. Ich schau jetzt mal mit meiner Mirror Gun, wie das da hinten nach oben geht. Mutter. Hallo an alle, übrigens, wir spielen Ready or Not. Sorry, das war ein bisschen spontan. Nein. Okay, ich bin bereit. Soll ich mir mal vorne mit meinem Schild vorgehen? Vielleicht fühlst du dich dann sicherer? Ah, der ist! Oh, ja, ich seh's, ich seh's, ich seh's, ich seh's, okay. Der links, leh. Der war eben noch nicht da, ich schwör's euch. Paul, pass auf, du bist direkt, was hast du denn geworfen? Oh, du hast die Nemo's geschmissen? Nein, ich bin tot! Du, der hat nicht durch die Tür gepasst, du vorge... Hilfe! Nein! Nein, noch nicht, nein! Nein! Warte, warte, warte! Der schießt auf mich. Boah, ey, ich bin betäubt. Der ist nach rechts gegangen. Vorsicht, Paul, Vorsicht! Oh, Mann! Oh Gott, das wird kein... Ach, komm, jetzt ist wieder dead, oder was? Warte, warte, ich hab einen Zivilist links, ich verfolge ihn. Nee, komm, ich lass den. Okay, er ist tot. Hab ich kein Rehspan? Oh, kein Rehspan? Paul, wenn du einen Zivilisten siehst, kannst du F drücken und dann sagst du ihm, dass er stehen bleiben soll. Und wenn du Glück hast, bleibt er stehen. Ich glaub, wir können rein, der ist jetzt tot. Aber ich bin nicht mehr im Spiel, kann das sein? Du kannst es jetzt backdaten, wenn du magst. Ja, aber ich bin nicht mehr mit dabei aktiv. Nee, du kannst es jetzt von vorne anfangen. Du kannst es jetzt von vorne anfangen. Wann komm ich denn wieder? Ja, nein, wir fangen von vorne an, komm. Lade mal neu. Wie machen wir das? Ich hab's vergessen. Die Fernseh-Lobby, oder? Ja. Also, Leute, wenn ihr mal einen Einsatzkommando sucht, dann ruft uns an. Ey, das war der kürzeste Einsatz in Ready or Not. Ich hab zehn Spielstunden. Oh, schnell. Macht doch nichts, wir kommen schon rein. Die Leute gucken nicht bei uns zu, weil wir E-Sportler sind, sondern die gucken bei uns zu, weil... Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ja. Das ist eigentlich eine gute Frage, ne? Okay, jetzt weiß ich Bescheid. Ich sterbe nicht mehr. Soll ich erst mal mit meinem Schild reingehen, um zu gucken, wer woher schießt? Ich hab ne Mirror Gun und dann guck ich ganz kurz unter... Und wir können aber auch außen rum gehen, wenn ihr wollt. Ja, ist vielleicht besser, oder? Das ist diese Riesen-Mainhaul, oder? Kann ich dieses Laser-Ding irgendwie aktivieren? Ja, du kannst mal an deiner Maus schauen. Ich hab es an meiner Maus gebeindet auf der... Hast du einen seitlichen Maustasten? Keine Ahnung. Oh ja, das wär wichtig, ne? Aber ist mein Laser jetzt an, oder nicht? Wenn du diesen roten Strahl siehst, ist es wie beim Pinkeln. Da soll es aber zum Arzt gehen. Doch, die Flashlight haben wir doch ausgerüstet. Haben wir doch extra gemacht. Och, Pauli. Ich hab ne Taschenlampe angemacht. Sehr gut. Oder ist einer drinnen, direkt vor der Tür, wenn ihr aufmacht? Ich guck mal schnell mit der Gun. Aber Vorsicht, ich glaub, das ist ne Geisel. Ihr müsst direkt F drücken und den dann... Das ist ne Geisel. Ja. Das ist ne Geisel. Aber rechts, rechts hab ich um... 1 Uhr läuft ein Terrorist mit ner Waffe und nem Rucksack. Er geht jetzt durch die Tür hinten durch. Okay, dann können wir vielleicht kurz die Geisel... Warte, der ist durch die Tür durch und es ist noch ne zweite Person hinter dem Regal. Ich weiß aber nicht, ob es ein Terrorist oder ein Zivilist ist. Links oder rechts? Rechts von mir auch gegen 1 Uhr, würde ich sagen. Okay. Ich glaub, ich kann's nicht sehen, ob's ne Waffe ist oder ne Hand. Aber es sind zwei Personen. Jetzt kommt der Terrorist wieder raus. Okay, dann warten wir kurz, bis der nochmal weg ist, dann sind wir besser vorbereitet. Wo geht der denn rein? Geht der rechts durch die Tür? Ja, jetzt steht er wieder in der Lobby, rechts. Und jetzt ist er ungefähr auf 2 Uhr, guckt sich grad ein bisschen um. Die Geisel ist ziemlich genau auf 12 Uhr mit dem Rücken zu uns. Es sei denn, er zieht natürlich ne Waffe gleich, aber das zieht nicht danach aus. Jetzt geht der Terrorist... Okay, dann lass reingehen, oder? Warte, warte, jetzt geht er durch den Raum. Es ist aber ne zweite Person rechts und ich weiß nicht, da müssen wir echt aufpassen. Okay. Okay, der rennt weg, das war mir klar. Kann ich mich hinlegen? So, Paul, jetzt... Ich seh hier Leute, wie kann ich mich denn hinlegen? Wo bist denn du? An einem Seitenfenster. Aber hier ist ein Rollo, wie lege ich mich hin? Ach, der vor uns ist weggerannt, oder wie? Der vor uns ist weggerannt, aber rechts musst du aufpassen. Ein Terrorist ist durch die Tür. Ich kann ja alle sehen, hier geht gar ein Terrorist bei mir vorbei, aber ich müsste mich hinlegen. Kann ich den durch die Scheibe erschießen? Versuch's mal, aber ich glaub nicht. Ich glaub nicht. Was hat er jetzt gemacht? Hey, der legt die Waffe, was soll das? Oh ja, ich seh zwei. Terrorist oder Zivilist? Das weiß ich nicht. Nein, das ist ein Zivilist gewesen, nein! Ach, das ist ein Zivilist? Der andere auch. Ja, da ist ein Zivilist, da ist ein Zivilist. Vorsicht, wir schießen. Da ist ein Zivilist vor der Tür, ist ein Zivilist. Also wir haben schon einen getötet, ne? Einen wen? Einen Zivilisten. Oh, ein Zivilist. Nein, das hab ich an der Gestik erkannt, das war kein Zivilist. Ja. Okay. Die Mission ist beendet, Leute. Aber wir haben eine Minute länger... So, warte, ich mach mal Bondage. Aber weißt du, wenn Zivilisten so rumlatschen wie so Gangster-Rapper, dann sind sie selber schuld. Dann wären ja heutzutage alle tot bei dir. Das ist fies an diesem Spiel, dass sie sich da... Aber hier, der mit der gelben Jacke, das war ein Zivilist? Ja. Der wiggelt aus meinem Kopf. Terrorist. Echt? Der ist ein Terrorist gewesen. Aber den hat die ja schon. Den ja. Der hatte doch eine Waffe, der hatte doch eine Waffe, oder? Nee, eigentlich nicht. Der hatte keine, ne? Doch, die hab ich schon weggenommen und versteckt. Okay, dann hab ich mich geirrt. Sorry, ich dachte, er hatte eine Waffe gehabt. Toll, Kaya. Er lebt doch noch, er bewegt sich noch. Ich zieh mir einen Kaffee, wie geht das? Okay, dann hab ich falsch gescoutet. Ich bin ein Cappuccino, bitte. Nein, Fehler. Wir können jetzt nie starten oder wir können jetzt mal Übungs... Übungs machen. Das reingehen. Weitergehen und irgendwie... Kaya, du hast die meisten Spielstunden, du sagst an, du bist der Chef. Okay. Also, wenn wir mich als Chefkoch haben, dann... Also, Paul, das Wichtige ist, wenn du einen Zivilisten siehst, musst du F drücken und dann sagst du ihm, knie dich nieder und lass dich fesseln. Dahinten ist... So wie jeden Tag, halt. So, das macht er zum Beispiel. Ich hab F gedrückt, hab ihm gesagt... Und jetzt gehst du zu ihm hin, schaust, dass natürlich kein Terrorist hier um die Ecke... Und dann... Da hinten ist auch einer. Soll ich den mal abchecken? Links zwei Zivilisten. Zivilisten? Sicher? Ja, Zivilisten. Ja, Zivilisten. Der bleibt stehen, den könnt ihr fesseln. Okay. Und dann gehst du zu ihm... Paul, gehst du zu ihm ran und drückst F und dann kannst du ihn hier fesseln. Okay? Uiuiuiuiuiui. Ich warte hier auf euch. Ich stehe an der Louis Vuitton Tasche. Wo bist du, Paul? An der Louis Vuitton Tasche. Der will sich nicht bücken, Leute. Muss ich irgendwas bestimmtes sagen? Du kannst ihm einen Schlag verpassen mit... Oh, jetzt. Du hast vergessen. Ja. Gestern war es blau, aber gestern war es ein anderes Spiel. Ich weiß nicht. Ich würd dir gern zu, ich komm, aber... Hey, ich kann auch ingame sprechen. Das Spiel liegt vor, dass man rennt. Äh, ja, dann klatsch ihm mal eine. Der will nicht. Du kannst ihm einen verpassen. Ich hab die Taste vergessen. B. Danke, Chat. Mit B. Mit B kannst du ihm einen in die Fresse hauen und dann... Ah, jetzt? Ach, cool. Das wusste ich gar nicht. Ja, züchtige dich. Es gibt kein Safe-Word hier. Ich wusste, dass dir das gefällt genug. Ja, das ist schon was für mich, das Bondage. Okay, Vorsicht. Traders kommen. Wer? Eindringlinge. 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 Ja, Eindringlinge. Drillinge. Eindringlinge. Paul, Paul, du kannst... Eindringlinge. Zwei Zivilisten. Beide auf dem Boden. Terrorist. 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 Achtung! Okay, warte. Ah! Ah! Tot. Okay. Und ihr müsst alles reporten. Immer auf den Toten drücken, F drücken. Ja. Und auch auf die, die du einnimmst. Genau. Okay. Aua. Wie kann ich mich heilen? F oder wie war das nochmal? Ähm. Hab ich auch vergessen. Scheiße. So, scheiße. Passiert dir das auch, dass du die Spiele manchmal miteinander verwechselst? Ich hab dann Rainbow Six Extraction gespielt und ich bin komplett von einem anderen Spiel gerade. Ach so, hast du Rainbow gezockt? Mhm. Geil. Wie war's? Boah, das ist hier scheiße. Cool, man. Du wirst erstmal ein bisschen reinkommen, wenn du zum Beispiel ähm... Was los? Mein Gott, der schreckt mich doch nicht so. Ein bisschen Schuss gelöst. Wenn du bei Rainbow Six eine Mission scheiterst und du stirbst quasi in einem Level musst du später mit anderen Teammitgliedern dich selber wieder rausfischen. Das ist eigentlich eine coole Nummer. Aber das haben wir doch letztens auch gespielt, Kaya. Ja. Was denn? Ah, fuck! Alter. Wo, wo, wo? Sorry, Terrorist. Gut. Okay, er hat mich am Arm erwischt. Ich mich auch, ich bin auch injured. Jesus Christ. Man, erschreckt voll, ne? Ich öffne hier meine Tür. Ja, ich bin direkt dahinter. Nicht erschießen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Paulus, hast du mir eine Flashbang geworfen? Hilfe! Hast du noch eine geworfen? Ich hab dich dabei gesehen, Paul, wie du genug grad blendest. Mit deiner Schönheit. Also, wie gesagt, das ist nur eine Übungsmission, weil wir haben schon Zivilisten erledigt, ne? Ja, das ist ja nicht schlimm. Wir werden ja scheitern, aber wir müssen irgendwie mal Paulus sagen, wie das funktioniert. Ja, nee, wir können gerne üben. Ich hab einen Zivilisten auf dem Klo. Okay. Hier ist niemand. Okay, dann können wir hier raus. Wo bist du? Ah, hier, okay. Nein, nicht den Zivilisten töten! Nein, du's nicht! Hat Paul einen Zivilisten erschossen? Wirklich, da hat sich ein Schuss gelöst. Kann ich ihm helfen? Aber wo kommt das ganze Blut her? Paul, du stehst vor der Leiche mit einer Knarre. Nein, ich hab, ich sag, ich drücke F. Ich sag, er steh auf. Ich will ihn heilen. Und dann erschießt du ihn? Nein, ich will ihn heilen. Ich guck, ich drücke F. Und aber mein Mann sagt Hands up. Get on the ground down. Ja, dein Mann sagt auch richtig Hands up, aber nicht Bullet out. Hm. Naja, ist ja Übung. Wie geht's weiter? Wie geht's weiter? Wie so ein Furz, der sich gelöst hat. Mann. Okay, clear. Oh, clear. Oh, clear. Hier, guck mal. Oh, clear. Hier, guck mal. Oh, clear. Paul, geh mal da rüber, mach mal die Tür auf, da wo ich ihn zeige. Warte, ich komme. Klo ist clear. Warte. Geh da rein. Wenn du fertig bist. Clear! Ja. Da, die Tür aufmachen. Ja, warte. Wer ist er? Das ist eine Pappfigur. Nicht erschießen. Der bleibt am Leben. Die Tür? Mit F. Die Tür pieken. Zuerst pieken. Was heißt pieken? Also pieken heißt kurz reinlunsen, nicht auftreten. Reinlunsen. Dröge ich eine F? Einfach nur ein Stück zur Seite schieben, Paul. Nur ein Stück. Aber wie mache ich das? Der bietet mir gar nichts an mit F. Doch, du musst diesen Knauf, du musst den Knauf anvisieren und dann nur F antippen. Also wenn ich nicht den Knauf anvisiere, dann visiert den gerade keiner an. Ich bin auf Knauf und es kommt kein F! Kann sein, dass die gar nicht auf ist. Dass die gar nicht aufgeht. Die geht gar nicht auf. Die geht gar nicht! Super, Kaya! Kannst reinlunsen, reinlunsen, reinlunsen! Hab ich... Hab ich... Oh, da ist jemand. Ich hab's gehört. Ich hab's gehört. Vorsicht. Oh ja. Mhm. Get on the ground now! Wo seid ihr denn? Der Kaya macht Cut Bondage. Komm her. Wir sind hier in der Lagerhalle, Paul. Komm! Wo bist du? Paul! Der Arm! Komm her! Gehst du jetzt vorne rum, Paul, oder was? Ich werde beschossen. Und die... Hört auf! Dark sollst du füllen! Ihr könnt ja gerne Abstimmungen machen, ob wir die Runden schaffen, Leute. Das fände ich sehr lustig. Kann das mal ein Mod starten? Laufen, ne? Das macht mich so aggressiv. Ja, das blöde snappt echt, dass man nicht rennen kann. Nein! Findet ihr? Ich finde, das steigert die Spannung eher. Mhm. Toll. Ja, aber du bist ja wie der Call of Duty gewöhnt, wo man durchrushed und so'n Shit. Durchrushed. Ja, kannst du den fesseln, Paul, ohne ihn zu erschießen mit F? Nur F. Hinter ihm F drücken. Nicht sonst nichts. Nicht... Super. You need to relax. Oh. So einer bist du also. Oh, da hast du das gemacht. Hey! Oh. Oh. Was ist passiert? Was? Ich wollte nur anschubsen. Oh mein Gott, du hast ihn umgebracht. Ja, aber ich hab... Können wir... Aber... Ohne Scheiß, ich hab ihn nur angeschubst mit B. Der ist ja aus Glas. Du hast dreimal draufgehauen. Ich schubs dich gleich auch an, Freundchen. Ähm... Wollen wir noch kurz die letzten töten oder mal starten? End the Mission steht da oben. Ich glaube, wir haben es eigentlich schon längst gepackt. Ich glaube, Paul war der versteckte Terrorist. Ich glaub auch, wir haben es geschafft. Der war nämlich der eigentliche Mörder, der hier alle umbringt. Der war sowieso sass die ganze Zeit. War der Imposter. Alter. T-Baggy noch. Geht T-Baggen hier? Kann ich hier... Oh, es geht. Mann! Sorry, Paul. Du, kein Problem. Ich seh sehr langsam, ja. So, aber jetzt hast du die Basics verstanden, oder? Ja. Die Basics hab ich verstanden. Auch die Spielgeschwindigkeit grundsätzlich hab ich verstanden. Wir können auch Rubber Bandits spielen. Da ist mehr Action drin. Nein, lass uns ruhig dieses total agile Spiel spiele. Ich mag das Spiel voll. Ich auch. Ich feier das Spiel. Ja. Und das sag ich, obwohl ich nicht gesponsert werde, Paul. Wenn Faultiere Shooter spielen könnten, dann würden sie das hier spielen und fänden das richtig schnell. Halt! 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 Er läuft davon! Ah, ich krieg grad einen super Tipp aus dem Chat. Auf T kannst du... Wenn du entfernen drückst, dann kannst du ein bisschen schneller laufen. Genau, wenn ihr T drückt, seht ihr quasi, was die anderen gerade machen. Da seht ihr die Ansichten der anderen. Wenn ich was drücke? Wie werde ich schneller? Also auf T... Nein, nicht T. Wie werde ich schneller? Auf... Entfernen. Entfernen. Entf. Ent... Ist das der Pfeil? Aber auch nicht wirklich. Über dem Pfeil, über dem Pfeil nach oben auf meiner Tastatur steht da Enf-Ende und Bild unter. Und du... Enf ist neben Ende, Paul. Mann. Mike weiß, wo Enf ist. Da vorne ist wieder einer direkt vor der Tür. Oh, die schießen schon. Ich mach dir mal. Da ist direkt vor der Tür wieder einer. Ja, da war eine Trap. Sekunde. Ach, das wollte ich auch noch sagen, Paul. Und zwar gibt's Sprengfallen. Die kannst du... Manchmal sind die auf der Innen- oder auf der Außenseite. Ich hab 12 Uhr Zivilisten. Ja. Und... Warte, ich guck mal kurz rechts. Ich schenk mal so langsam, dass man noch davor weglaufen kann. Ja. Du kannst... Vor der Explosion kannst du weglaufen. Ich... Also, ich seh keinen Terroristen. Direkt auf 12 Uhr ist ein Zivilist. Okay. Warte, ich muss erstmal hier... Oh, man sieht den auch durch die Tür. Ich guck grad auch mal, ob mir hier noch irgendwas zieht. Ich wusste, dass er wegläuft. Das nervt so ab. Aber laufen die weg, weil sie dann Terroristen sind? Nee, ich glaube, weil sie Angst haben. Also, ein Zivilist ist rechts durch die Tür durch. Ich hab einen Terroristen! Terrorist! Terrorist auf 12! Direkt! An der Lobby, an der Rezeption! Tot! Du! Er! Er! Ah, gut! Ey, Gnu, du schießt scharf! Ey, au! Alter! Immer doch! Zivilist, komm uns entgegen! Nicht schießen, nicht schießen! Zivilist! Oh, du hast aber echt schnell geschossen! Meine Fresse! Na gut, du hast mir auch genau gesagt, wo er ist! Sonst hätte ich ihn nicht gesehen! So! Okay, sehr gut! Was macht Paul? Äh, der schreit da hinten irgendwo rum? Nee, ich bin tot, aber spiel ruhig weiter! Was? Wie bist du denn gestorben? Ja, weil der Dings mich erschossen hat, der Dings! Und weil ich ja nicht... Ich soll ja immer aufpassen beim Schießen, hat er mich vorher geschwürzt! Oh nein, da liegt er wirklich! Ich hab jetzt sogar mit drüber gelaufen, hab's nicht mal gemerkt! Er tritt mich ruhig mit Füßen! Kein Problem! Oh mein Gott! Nochmal! Kein Problem! Wir kommen rein! Ja, Moment! Spiel doch ruhig weiter! Nein! Nein, Paul, wir wollen mit dir spielen! Pauli Berli! Pauli Berli! Ich liebe so schnelle Spiele! Spielt ihr öfter Call of Duty? Paul! Ja, liebt das, oder? Echt? Ja, wie ein Verrückter! Haben wir nicht letztens Rainbow Six gespielt? Wer wir? Wir! Bist du mir fremdgegangen? Ja, stimmt, du warst gar nicht dabei! Nee! Aber das ist cool mit diesem Totenkopf-Klauen und so! Aber das war nicht Extraction! Aber Halo! Haben wir Halo gespielt? Wir haben Halo gespielt! Ja, aber das war gut! Halo ist ja geil, ja! Ja! Halo Infinite! Das Schneckenspiel? Toll! Ich wollt's dir nur mal zeigen! Ich find's super! Ja! Danke fürs Zeigen! Ich spiel alles mit euch! Ihr könnt wählen, was ihr wollt! Ich wollt euch das zeigen! Ich feiere das Spiel hier! Ich find's auch geil! Ich find's auch geil! Ich hab's ja auch schon öfter gespielt! Links ist auf jeden Fall einer schon mal hingerannt! Das sah aber eher aus wie ein Zivilist! Hast du's durch meine Kamera gesehen? Nee, du hast es durch die Tür gesehen! Ich glaub, was immer voll gut hilft auch an dich, Paul, auf Q und E kann man sich um die Ecken so ein bisschen sneaken! Okay! Das hilft immer extrem, um zu gucken, wer wo ist! Ich bilde die Nachhut, okay? Ja! Aber das mit der Kamera wusste ich nicht! Das ist ja geil! Ja! Da kannst du nämlich gucken, was deine... Ich hab jetzt Pauls Kamera die ganze Zeit! Da kann ich sehen, was für ein Unwesen der treibt! Wo ist der hingerannt? Der ist wahrscheinlich links durch die Tür! Oder hier! Machen die die Tür auch wieder zu, oder wie die Schweine? Der sieht aus wie ein Terrorist! Ist das wirklich ein Zivilist? Krass! Jetzt bin ich mal gespannt! Wen meinst du jetzt? Hier! Schaut euch den Vogel mal an! Hä? Hä? Warum redest du denn? Der Terrorist ist ein Suspect und der hat sich ergeben! Achso! Gut! Sehr gut! Sehr gut! Das passiert aber echt selten, oder? Also er hat auch keine Waffe dabei! Der ist dann, glaube ich, auch weggerannt! Da stand auch nicht Civilian reported, sondern Suspect! Gerückt! Der ist das! Er hat mich einfach gesehen und gesagt, er hat keine Chance gegen so einen geilen Dusch! Suspish ist gegen so einen geilen... So! Okay! Hier ist... Mit der Kamera sehe ich nichts! Wer hat denn die Tür aufgemacht? Paul! Pfff! Wir gucken so beide auf Scheiße! Die Tür ist schon offen! Ich war noch am Spähen und er hat über die fucking Tür auf! Vorsicht Pauli! Pauli Bärchen! Pauli Bärchen! Oh, da ist einer weggerannt! Vorsicht! Ja! Der schießt auch! Oder wart ihr das? Warte, ich verstecke mich hinter Paul! Oh! Oh! Das ist... Ah! Nicht getroffen, gut! Okay! Ich glaube, ihr habt geschossen, oder? Weil da läuft ein Zivilist auf jeden Fall! Der ist jetzt hier hinten! Hast du diese dunkle Küche hier? Oh! Okay! Ich glaube, die schießen alle nicht! Das sind alles... Ich glaube, das ist keiner! Das ist keiner! Das ist keiner! Die schießen! Das sind alles Zivis! Das sind alles Zivis! Die schießen! Nein, ich bin in der Küche und ich bin von einem Terroristen überrascht worden! Achso, okay! Weil hier rennen die ganze Zeit... Oh mein Gott! Ich bin auch gleich tot! Ich bin auch gleich tot! Okay! Vorsicht! Da ist jetzt direkt vor der Tür ein Zivi! Nicht töten! Hier auch! Wir sind überall Zivilisten im Café! In der Küche ist ein Terrorist! Ja, warte! Der hat mich auch rechts am Arm erwischt! Hab ihn! Hab ihn! Okay! Wo ist denn der Wichser? Das gibt's auch gar nicht! Der Weichser! Okay, warte! Ich guck mal kurz! Oh, habt ihr den getötet? In der Küche ist noch ein Terrorist! Mit einem gelben Hoodie! Oh, ich bin so stolz auf dich, Paul! Hab ihn! Sehr gut, Kaya! Sehr, sehr gut! Beide Arme verletzt der Drecksack! Hey, Girl! Es ist noch eine Zivilistin in der Küche! Ja, und noch eine andere um die Ecke, Paul! Der Paul hat gerade selbstständig sein erstes Opfer gebondaged! Nein! Ich bin so stolz auf dich! Ich hab selbstständig was getrunken! Und hat's dir Spaß gemacht, Bonnitsch? Wo ist denn die Tante? Ist hier weiter gerannt? Wer schießt? Ey, sag mal, was geht mit dem Up jetzt? Ey, Paul is on a run! Ja! War das auch ein Terrorist? Ja! Wow! Paul kommt ins Spiel rein! Richtig gut, ey! Flück dich! Bender over! Runter! Los! Baby! Hey! Komm! Nicht ins... Nein! Der soll nicht! Paul, du kannst hier... Geh runter! Gehst du! Runter! Ha! Scheiße, war ne Bombe! Kannst hier mit B... Kannst hier den Stoß verpassen, Paul! Mit B! Oh, verdammt! Du musst nicht um ihn herum schießen! Ja komm, dann starten wir nochmal neu! Ist ja sowieso nur ein Übring bisschen! Ja, starten wir mal neu! Ich will genug dabei haben! Nooo! Pauli Bär! Na endlich! So, jetzt müssen wir hier Bomben entschärfen! Genau! Wir sind under pressure! So, Lämble an! Oh, das Hotel kenn ich! Hatte Sprengfalle zufällig? Ich... Woran siehst du die unten, oder wie? Ah, da ist sie! Die sind manchmal... Oder? Die sind... Je nachdem auf welcher Seite... Äh, manchmal... Also, Schlo behauptet, man kann sie auch mit der Mirrorgun sehen, aber habe ich nie geschafft! Und... Hier ist jetzt keine! Ne! Boom! Warte! Ich höre ne Bombe! Ich glaube, hier ist die erste! Da ist die links! Sehr gut! Paul, kannst du die in... Sorry, ich wollte ja auch eine Buh nicht stören, aber wir haben eine f***ing Bombe hier! Paul, willst du die entschärfen? Die entschärfen? Ey, in the pool, Leute! Komm, geh rein! Geil! Erstmal Party machen! Ich kann doch nicht rein! Du kannst doch nicht mal Space drücken! Ja! Ich wollte mich da als lastiv reinlegen, Mann! Mach mal! Ja, ich geh Bomben entschärfen, während ihr euch selber... Ich geh jetzt aufs Klo! Da muss ich nicht dabei sein! Warte, ich mach zu! Hast du schon entschärft? Sehr gut! Eine haben wir schon mal! Warte, ich guck mal, ob... ein Sprengfällchen oder sowas... Warte! Es gibt ne Schul-Map in dem Game! Was? Eine Schul-Map! Ja? Es gibt doch auch so ne Map, wo so komische Kids auf dem Bett sich irgendwie mit Crack vollgepumpt sind regeln! Das find ich ein bisschen absurd! Ah! Ah! Au! Terrorist! Direkt in der Tür, Terrorist! Wieso hab ich da jetzt nicht die Mirrorgun benutzt, ey? Ich bin nicht immer nur dann, wo nix ist! Habt ihr den? Ne! Ne? Vielleicht finden wir den hier! Warte! Kann sein, dass er rumläuft! Kann sein, dass er rumläuft! Ja, ich glaub hier! Warte, lass mich mal öffnen! Ich glaub von der Tür kommst du auch in den Raum! Vorsicht! Vorsicht! Fürsicht! Hast du dein Schild dabei? Ja! Lass mich gleich mal reingehen! Moment, ich mach kurz nur die Tür auf! Weil ich glaube von der... Ich hab hier einen erwischt, aber ich weiß nicht was es war! Oh, der ist tot! Ah! Oh Gott! Einer von euch hat durch die Tür geschossen! Ich! Sehr gut, Paul! War das ein Böser? Ja! Da stand Suspect, ja! Deine Waffe ist auch gesichert! Ja, es war ein Terrorist! Alles gut! Hast du gut gemacht, Paul! Mensch, hier ist ein Applaus! Ja, Pauli! Hier war irgendwo ne Geisel! Das war die erste sehr tolle Aktion in diesem Spiel von dir, Paul! Pass auf, dass da keine Sprengfalle ist! Ja! Kann ich mich eigentlich irgendwie heilen? Sprengst du die Tür, oder was? Oh! Jetzt sprengt der die ganze fucking Tür weg! Gut so! Außenmeister, Paul! Wir müssen variieren, Freunde! Wir müssen variieren! Mhm! Ja! Einfach mit C4! X marks the spot! Okay, und hier siehst du jetzt quasi irgendwo ne Bombe, oder wie? Ne! Also auf der Seite sehe ich keinen! Normalerweise siehst du so ein Draht! Kann aber auf der anderen Seite sein, Paul! Deswegen musst du erstmal pieken! Aber du kannst natürlich auch sofort wegsprengen alles! Ja! Er sprengt sie weg! Warum nicht? Oh mein Gott! Zivilist! Zivilist! 12 Uhr! Läuft weg! Läuft weg! In den blauen Raum! I fuck your head! Oh, er schießt! Dann doch Terrorist! Das ist komisch! Ne! Wir schießen nicht! Oh ja! Ich seh's! Ab ihn! Ab ihn! Ab ihn! Ich weiß nicht, ob der Einer ist im Gang. Ich habe ihn nicht gesehen. Auf X könnt ihr den Feuermodus ändern. Dankeschön für den Tipp. Ich mache vorne mein Schild. Ich gehe mal links rum. Ich weiß nicht, ob da eine Tür ist. Da ist auch eine Tür. Warte, ich gehe links rum. Kann sein, dass ihr hier rumkommt. Ja, da ist eine Tür. Oder vielleicht ist er auch in den Gang rein. Ich habe einen Terrorist. Es ist wahrscheinlich nicht derselbe. Ich habe einen Terrorist hier an der Tür um 12. Aber ich glaube, ich kriege den hin. Macht ihr mal da weiter, wo ihr seid. Okay. Ich sehe dich. Okay, Kai. Ich glaube, du bist mir direkt gegenüber. Also ich habe direkt von mir aus links. Und er schießt. Nee, ich habe ihn getötet. Ich glaube, du kannst aufmachen. Was war das? Sprengfalle. Ach so, wir waren zu langsam. Wir waren zu langsam? Ja, die Bomben sind explodiert. Wieso sieht man denn den Timer nicht? Ich finde es auch doof. Sonst können wir auch nochmal eine andere Map machen, wo wir einfach nur die Terroristen töten müssen. Es gibt auch eine Schul-Map. Moment mal. Wir hatten fünf Minuten und fünf Sekunden gehabt. Kann das sein? Ich glaube, ja. Das ist relativ zügig. Muss man da durchrushen. Okay. Wir schaffen das. Dann haben wir hier, warte, kein Draht, kein gar nichts. Einfach durch. Hier war zuerst eine Bombe. Warte. Ich hoffe, es ist keine Sprengfalle. Mhm. Die sieht man erst, wie die Tür offen ist. Ja. Und hier ist eine Sprengfalle. Und wo siehst du das? Wenn du runterpiekst, Gnu, dann kann er F für... Dann möchte er die Wirecarder... Dieses silberne Dings da. Genau. Aber wenn du... Du kannst doch einfach nur runterschauen und dann sagt er dir, hey, ich muss das entschärfen. Ah, okay. Geil. Okay, cool. Ich weiß nicht, was Paul dahinter macht. Okay, hier ist wieder eine. Bombe. Okay, Paul. Ich habe seine Bodycam an. Ja. Wie so ein Baby-Game, wo man dann überprüft, was der gerade macht. Ja, Baby-Phone. Baby-Phone-Bodycam für Paul. Paul rusht durch. Paul rusht einfach alles durch. Das ist schon cool, dass man den anderen zuschauen kann. Er ist noch ganz healthy. Ich wusste es nicht. Echt? Nice. Schaffst du es? Ja. Geil. Okay, entschärft. Gucken, was der Vogel macht. Oder soll man links rumgehen? Oh, man kann die Zeit auf Tab sehen. Nee, kann man nicht, leider. Das ist ein Zivilist. War das ein Zivilist? Ja. Nein, ich habe sie. Ich habe die Bande. Bist du schaffst? Oh no. Äh, Kaya, bist du auch schon vorgegangen? Äh, ich bin links rum. Ich schaue. Ich bin links rum. Hier ist alles. Oh, das ist ja der Böse. Okay, ich habe ihn. Oh, der hat dich getötet. Hallo, ich bin noch da. Du lebst noch. Also, Statusmeldung. Nein, ich habe drei Zivilisten erschossen und ein Böse hat mich erschossen. Oh, da ist glaube ich eine Sprengfalle, oder? Nee. Okay. Man. Okay, Kaya, wo bist du? Ich bin noch links. Ich habe einen Zivilisten, hoffe ich. Ich hoffe, dass er ein Zivilist ist. Er sieht nicht aus wie ein Zivilist. Komm sofort wieder. Ich gehe mal eben meinem Zivilisten das Bad zeigen. Ich komme mal zu dir, Kaya. Ich fühle mich hier nicht wohl allein. Also, ich habe einen Terroristen nicht ersch... Ich habe Terroristen. Achtung. Okay. Er kann sein, dass er rechts rum kommt. Ich habe zwei Zivilisten. Entschuldigung, mal kurz. Es kann sein, dass er zu dir läuft. Bitte nicht. Das ist ja kreisförmig hier, die ganze Geschichte. Oh. Er hat mich, er hat mich. Ey, der Typ. Ich habe hier nur zur Hälfte der Typ stehen. Scheiße, er war direkt unter der Tür. Ja, aber wie? Entweder ist die KI sau doof. Und macht gar nichts. Oder er schießt einfach durch einen Spalt von zwei Zentimetern direkt in den Kopf. Nochmal. Wir müssen, glaube ich, zusammenbleiben, Leute. Sonst wird es nichts. Oh, die Map kenne ich. Die ist auch ziemlich schwierig. Eigentlich sind wir f***ed in dem Spiel. Naja. Nix. Okay, wie kommt man da rein? Hier? Es gibt zwei Wege. Einmal hier rechts durch die Tür. Oder links. Jetzt gehen wir rechts rum. Oh, ich wollte die gar nicht direkt öffnen. Ja, toll. Und ich bin davor. Rein da. Eligurte Stube. Oh, das ist aber schwer hier. Echt, ne? Da ist es wirklich schwer hier. Was ist denn hier gerade passiert? War das die Matrix? Habt ihr das gesehen, Leute? Oh, da ist einer. Da ist einer. War das Regentropfen? What the fuck? Vorsicht, hier ist einer. Nichts erschießen, der ergibt sich auch schon. Magst du einen Bondagen? Nee, ich guck mal. Ich will jetzt nicht erschossen werden. Mach du mal. Ich halte den Rücken. Okay. Ich seh euch. Ich mach jetzt kurz die Tür auf. Bitte erschieß mich nicht. Ja. Er wird gerade gebondaged. Okay. Seemanns Knoten aktiviert. Okay, es scheint niemand zu sein sonst. Wir gucken trotzdem nochmal um die Ecke. Boah, hey, kann halt echt überall einer sein, ne? Boss ist halt schon echt heftig. Hallo. Ich bin's. Ich bin's. Ich bin's. Oh Gott, ich dachte, du erschießt mich. Okay. Ich seh doch, dass da Kaya steht. Okay, okay. Ja, ich war mir nicht sicher. Wo seid ihr? Wir gehen die Treppen rechts hoch. Ich dachte, du bist hinter Paul. Ja, ich mach mal kurz die Kaya-Cam an. Ach, stimmt. Ich vergesse immer die Cam. Okay, dann gehen wir da mal rein. Let's go. Und es geht wieder los. Okay, da ist nur eine Tür. Ich hab einen Zivilisten. Vorsicht. Ich hab Angst. Paul, der hat ja gesagt, wir sollen uns piepen. Hä, da ist auch einer unten gewesen. Genau gesehen. Vorsicht, ich glaub, da unten ist einer. Ja, da ist auch einer. Der läuft aber gerade weg. Vielleicht hat er Angst vor dir. Das hör ich öfter. Oh, scheiße. Ich weiß jetzt nicht, wo es lang geht, Mann. Der ist, glaub ich, hier oder da? Der ist links rumgelaufen. Pik. Da ist er rumgelaufen. Vielleicht ist er wieder rein. Das wär nicht gut. Ich glaub, der ist wieder reingelaufen. Scheiße. Scheißer. Mann, wieso mach ich immer die scheiß Muni wechsel, wenn ich nur um die... Also bis jetzt halt noch nie... Es kann sein, dass einer zu dir reinrennt, der von uns weggerannt ist. Ah, da ist auch einer. Nee, das ist er nicht. Wird einfach die Geisel fragen. Hey, ist da gerade einer langgelaufen? Ja oder nein? Toll, der kann jetzt halt überall sein. Ah! Oh Gott. Ich bin erschossen worden. Oh Gott. Echt jetzt? Das war aber vielleicht so eine Fall... Spreng... 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 Oh nein. Paul ist... Paul ist geplatzt. Wo bist du denn geplatzt? Ich hab ne Tür, äh... mit dem Dietrich aufgemacht. Dann bist du auf jeden Fall geplatzt, ja. Kaya, ich find dich nicht. Ich würd gern mal zu dir gehen. Kaya, der ist da einer mit der Weste. Da hast du Spaß, ne Kaya? Immer hauen. Da ist noch ein Ball der Pauli gewinnt. Was? Da ist der Pauli. Also gut, komm, wir starten nochmal von vorne wegen... Nein, spiel bitte weiter. Ich bin Susu gleich tot. Nein, ich guck zu. Ready or not? Ja, kam. Ich weiß gar nicht, wo nicht gerade von wem ich beschossen wurde. Ich komm mal jetzt zu dir. Im Schneckentempo. Tschu, 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 tschu. Das geht bei dem Spiel leider nicht anders. Ich wurde beschossen, aber ich weiß nicht, aus welcher Richtung. Vorsicht, komm dir vielleicht gleich entgegen. Fabian, The Hero, sind das Online-Gegner? Ne, die sind alle aus Bottrop-Kircheln. Ich hab keine Ahnung, von wo ich beschossen wurde, Mann. Wo bist du denn? Bist du draußen irgendwie woanders lang? Ich komm nicht dahin, wo du bist. Ich bin im zweiten Stock, ich bin rechts. I'm in the second stug. Wie kommt man denn da hoch? Die Treppe hoch? Treppe, Treppe, Major. Wo ist denn der Treppe? Ich glaube, er ist hier links, hier links. Ich hör seine Schritte. Ich kann keine Treppe sehen. Okay, nice. Also hier sind drei Türen. Hier ist mit der Cam, hab ich keinen gesehen. Könnte aber natürlich eine Sprengfalle sein. Ja, ist eine, komm. Sie ist sowieso lockt. Lockt? Sorry für das Denglisch, aber das ist irgendwie. Dann sagt er verschlossen. Die schlockt. Fällt mir in dem Moment einfach nicht ein, weil das ganze Spiel auf Englisch ist. Dieses Close Open F***. Sag's ja auch nicht, wenn du dann echt so bist. Sag's ja auch nicht. Oh, ich hör was. Baupanzer für den Erhalt der deutschen Sprache. Ja, wir sind super. Komm, wir raschen durch. Komm, 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 Schatz. Wir raschen durch. Das ist Gamersprache. Ich bin ja kein Gamer. Ich bin Besucher. Keine Sprengfalle. Keine Sprengfalle. No Sprengfall. Ja, Sprengfall. Rechts. There is no Sprengfall. Ich glaube rechts. Warte, lass mich mal. Ich hör Schritte. Ja, ich hör Schritte rechts. Rechts? Warte, ich guck. Ich guck. Ich guck. Ich glaube nicht, dass... Nicht da. Kaya hinten. Weiter links. Hier ist niemand. Erste Tür ist niemand. Boah, weißt du das? Wo die Schatten stehen. Also, ich meine die Kaya. Ich guck die zweite Tür. Wo weißt du das denn? Da hat gerade nach rausgeguckt. Niemand. Doch. Da hat er nach rausgeguckt. Nein, niemand. Wo weißt du denn das? Da hat er nach rausgeguckt in so einer Kochschürze. Geh rein, guck. Mit der Laver oder was? Genau. Laverlichter tot. Boah, weißt du das denn, Kaya, dass da keiner drin ist? Mit der Mirror Gun habe ich drunter unter die Tür geschaut. Ich hatte eine Mirror Gun. Draht, Draht. Wir haben Draht. Schau mal so, Gnu. So sieht es aus. Komm her. Ich sehe es. Und dann siehst du, wie das... Wenn du F drückst, kannst du die Wirecutters nehmen. Siehst du das? Warte, lass mal mal kurz machen. Ah, ja, warte. Ja, du kannst mal entschärfen. Disarm... Oh, das ist noch eine dritte Tür. Die habe ich gar nicht gesehen. Oh, shit. Alter. Siehst du jemanden? Bei mir ist keiner. Nee. Hier ist einer. Ja? Ja. Oh, noch einer. Da rennt einer. Vorsicht. Oh, shit. Er ist bewaffnet. Er war bewaffnet. Sorry. Ach, hör doch auf. Ja, hier ist eine Waffe. Alter, der hätte nicht sowas von dermaßen wegknallen können. Mein Chat fragt, ob man das Game nur in der Supporter Edition zocken kann, oder geht das auch mit der normalen Edition? Also ich zock die normale. Ich weiß gar nicht, was eine Supporter ist. Ich habe die normale, okay. Hast du sie alle genug? Was? Hast du sie alle? Ja. Das habe ich auch gerade verstanden, was? Gobi, move on. Du Scheiße! Drecksack! You f***ing guy! Das kann doch nicht sein! Bist du tot? Zivilist hat eine Waffe gezogen. Nee, gerade noch am Leben. Das kann nicht sein. Ich wollte ihn gerade restrain, dieser Drecksack. Strain was? Restrain? Was ist das? Ich wollte ihn gerade fesseln, sorry. Ich wollte gerade Strändchen machen. Das Spiel ist echt asozial. Das wollte ich nicht. Ich glaube, wir sind beide jetzt tot, oder? Das ist eine Blendgranate, oder? Ja. Das war aus Versehen. Okay, ich bin hier nicht erschießen. Doch, komm, mach's. Wir können die Tür nochmal öffnen. Waschen, schneiden, restrainern. Nee. Irgendwie geht's besser, oder? Merkst du was? Wieso denn stumpf? Hier ist keiner. Der Stumpf hat es einfach Humor. Stumpf gibt's nicht. Du musst das Kaya wechseln. Was? Nein, mein Chat schreibt, er liebt deinen stumpfen Humor. Jeder liebt deinen stumpfen Humor. Nein, nein. Ich bin ja nicht stumpf. Warte, ich guck mal drunter. Ja, guck mal drunter, oder? Ach so, das ist der Raum, den haben wir schon. Okay. Jetzt müssen wir gucken, dass es keine Sprengfahrt ist. Wie heißt das Spiel, Ilia 87? Das heißt, ready on board. Lass uns die Treppe rauf. Die war hier. Mal wie du funktionierst, Gno. Warte. Ich glaube, hier völlig neue Fantasien. Hier. Moment. Alter. Entschuldigung. Hier. Hier. Kannst du nochmal Kamm sagen? Kamm. Hör mal auf jetzt. Immer weiter, immer weiter. Kamm! Weiter, 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 bitte. Nein, Siri. Und die haben wir noch gar nicht. Zack, vorbei. Jetzt geh ich duschen. Das kostet aber was. Kann ja gut sagen, bist du gewohnt. Alter. Dafür will ich aber 20 Subs haben, Mann. Das ist einer, das ist einer, ja. Direkt in der Tür. Ich weiß nicht. Geh mit dem Schild vor. Es könnte ein Terrorist sein. Okay. Es könnte ein Terrorist sein. Direkt in der Tür. Hat eine Lederjacke an. Könnte ein Terrorist sein. Ready on board. Ist es ja. Gno is gum. Aber wirklich. Guck mal die Wand an. Hör mal auf. Hör mal auf. Mit deinem. Shit. Wer? Wer? Ich habe nur den Titel des Spiels genannt. Wäre auch nett. Wir sind gar nicht mal so schlecht gerade in diesem Run. Ja. Vielleicht liegt es gerade, weil ich nicht dabei bin. Sag es doch. Aber nur vielleicht. Ich bin mir nicht sicher. Hier müssen wir durch. Hier müssen wir durch. Achtung. Okay. Jetzt gehst du mal ab. Wie so ein kleiner Türke. Der mit einem Leihwagen. Ja. Nimm den. Der ist gut. Aber es geht wirklich gut ohne dich, Paul. Ja. Danke. Zivilist. Zivilist. Oder er zieht eine Waffe. Er steht immer noch. Ja. Links ist eine Tür. Gnuch. Kannst du schauen, dass links keiner kommt? Ja. Ich guck mal rein. Könnt ihr das bitte klippen, wo Kaya sagt. Er steht immer noch. Er ist gegangen. Er ist gegangen. Ich war... Fuck me. Ich hasse diese Typen. Mann. Halt. Da war einer mit Waffe gestanden. Was für ein Westergelb? Es war einfach nur einer mit einer Waffe. Oh. Stark. Ich komme mal zu dir. Ich komme zu dir. Ich habe drei Zivilisten hier. Einer ist durch die Tür gerannt. Er kann gleich wieder zurückkommen mit einer fucking Waffe. Ja. Soll ich den kurz mal abchecken, bevor wir die hier machen? Ja. Ich sicher mal die Tür, okay? Ich sicher die Tür und du... Oh, zack. Träger zerschnitten. You are the big. Zwei Zivilisten. Zwei Zivilisten. Ich weiß nicht, ob einer eine Waffe zieht. Wo bist du denn? Ach, du bist ja weitergegangen. Ich... Mir wird lang... Okay, hier bei mir ist einer. Fuck it. Ich bin ja, ich würde ja schießen lassen. War das die Dame im Anzug oder der im blauen Helm? Boah, scheiße, ey. Na ja, bei mir ist einer Kaya. Vielleicht kannst du mir helfen. Der wird halt direkt... Ich komme. Ja, für alle, die gerade jetzt reinschalten haben. Okay, er ist tot. Hast ihn, hast ihn. Ja, Drecksau. Der ist Kaya gegen Gnu. Von uns war ursprünglich dabei, aber der ist ja relativ früh übergestorben. War aber toll, dass ihr da alle mitspielt. Und unsere Cam zeigt gerade Kaya jetzt vor uns. Gnu mit ihr am Schild. Ja, den hatte ich vorhin auch. Okay. Die sind beide... Da ist noch eine Frau... Ja, die können wir beide... Die können wir beide... Flachlegen. Okay, hier ist sie. Komm. Get the fuck down. Okay, gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Äh, die will nicht so wie du, Kaya. Du musstest mal Frauen ein bisschen sanfter anfacken. Guck, warte mal. So. Runter auf die Knie! Nicht anpinkeln. Damit kommst du nicht zum Ziel, Kaya. Du musst Frauen ein bisschen langsamer anfacken. Oh mein Gott, die Arme. Jetzt wurde sie angepinkelt und geschlagen. Ja, Widerstand gegen die Staatsgewalt. Knu hat gesagt, anfacken. Anfacken? Ich hab gesagt, anfacken. Du hast eben gesagt, du musst ein bisschen... Ich hab gesagt, abfacken. Nein, du hast anfacken gesagt. Das ist verboten. Da wirst du gebannt. Ich guck mal unter die Tür. Ja, ich hör da nämlich was. Bist du ein gewohnt, Kaya? Ja. Links ist ein Zivilist. Ich weiß nicht, ob der eine Waffe zieht oder nicht. Aber links auf. Ah ja, ich guck mal unter die Tür. Jawohl. Oh, shit. Komm schon, trau dich. Trau dich. Warte, Sprengpfanne? Nein. Here I come. Okay, er geht runter. Er könnte aber noch eine Waffe ziehen. Ah, rechts Terrorist. Rechts Terrorist. Okay. Aber der Run war nicht schlecht. Ja. Ist der hinter der Tür? Wo ist der? Rechts hinter der Tür. Rechts hinter der Tür. Oder so. Oder so. Ich dachte, ich kann durchschießen, Mann. Ja, kannst du auch. Durch Holztüren kannst du durchschießen, ja. Oh, scheiße. Ich glaube, du hättest... Ich dachte, er wäre in der Ecke drin gewesen. Da war keine Ecke. Flashbang. Ich muss mehr Flashbang benutzen. Ja, stimmt. Das gibt es ja auch noch. Please, go ahead. Ladies first. James last. Der ist so schlecht, dass er wieder gut ist, oder? Ja, ja. Das sagt man immer danach, ne? Okay, der ist so schlecht, dass er einfach schlecht bleibt. Da ist auf jeden Fall einer in der Ecke. Links ist einer. Und der rennt weg. Äh, rechts, sorry. Ich habe eine Links-Rechts-Schwäche, solltet ihr wissen. Äh, rechts war einer. Im Sport-Team ist das nur in meiner Vorstellung. Hier ist einer mit einer Waffe. Vorsicht, Shotgun, der kommt. Ah, tut was? Ja, sag mal. Ich wollte drüber schießen, und dann nimmt er mal die Waffe hoch. Wie bescheuert ist das denn? Oh. Werner schießt drauf. Ey, wenn du da am Rand stehst, dann nimmt er mal die Waffe hoch. Ich konnte nicht erschießen. Lebt der noch alles? Sehr gut. Da gibt es noch einen, glaube ich, hier, der... Boah, da kommt er mir entgegen, ey. Das ist ein Zevi. Guck mal, jetzt nimmt er die Waffe hoch. Wie bescheuert ist das denn? Kann ich nicht einfach drüber schießen? So. Kann bescheuert. Let's dig on. Hier müsst ihr auch immer reporten, Paul, ne? Ja, immer schön bellen und petzen. Auf die Leiche noch schön F drücken. Kaya, bist du bei mir? Äh, jetzt. Ich bin direkt hinter dir. Dann, geh, hier ist, äh, geh du mal rechts, äh, okay, gehst du, du gehst links. Okay, dann guck ich, hier ist... Ah, nein, wir bleiben zusammen. Gnu ist auch hinter der Tür. Pass auf. Keiner dringend. Nicht nur Gnu. Erschalt auf, dass es nicht, dass es Sprengfalle ist. Guck unten. Okay, alles klar. Pass mal. Oh, ich hätt fast geschossen. Nein. Habe ich dein, dein Schubelding angehabt? Nee, das hab ich nicht angezogen. Keine Sprengfalle. Achtung. Okay. Nee, hier sind wir, hier kommt, hier ist alles gut. Hier ist der Hekom. Hier ist der Hekom. Wir sind aber ziemlich weit gekommen. Ja, ich bin stolz auf uns. Ich hab nur eine Thrombose im linken Bein, aber sonst? Ich guck mal hier drunter. Nein. Jetzt. Okay, dieser Raum ist, äh, was sagt man denn statt Klee auf Deutsch? Äh, sauber. 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 Hier ist alles gesäubert? Gut. Nein, ist auch falsch. Okay, vorsichtig. Hier stand das letzte Mal einer, pass auf, ne, hier könnte. Paul, wo bist du? Paul, lass uns zusammenbleiben. Komm mal. Wir trinken zusammen, keinem trinken, allein wir trinken zusammen. Oh, ich liebe das Lied. Kennst du das? Von The Bots? Ja. Wir trinken zusammen, sieben Tage lang, wir trinken zusammen, Kompass. Hahaha. Das ist so geil. Mal gucken, ob ich das finde, warte mal kurz. Keiner. Clear. Shunt the ball. Oh, das spiele ich jetzt mal ganz kurz. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt, wahrscheinlich nicht. Nee, ihr hört das nicht, wenn ich Musik, oder? Hört ihr das? Schade. Ich mach die Tür jetzt auch, geh mal weg. Gut, das ist dann nur Special Edition für meinen. Alter. Alter. Alter, Alter, Alter. Oh, Walla, Krise. Was ist das, was ist das, 70er, oder, Paul? Warum kennst du das Lied? Mein Vater hat das immer rauf und runter gehört. Ja, mit deinem Vater habe ich verbindelt. Ich bin dein Vater. Wir saufen sieben Tage lang, ja, das verbindelt mit seinem Vater. Lockt, okay. Beide Türen verschlossen. Ich guck unter die Tür. In dem Zimmer ist niemand. Links, wo du stehst, Gnu, sehe ich keinen. Okay. Danke, Lara, Papa, Papa. Schau mal nach Sprengfallen, ne? Ja, Pauli, schaust du nach Sprenging? Ich mach die Tür auf von innen. Ich komm raus. Ah, gut. Ich komm raus, alles gut. Ja, da ist er ja. Da ist er ja. Ich muss die anlocken. Moment. Da, immer wach bleiben, immer wach bleiben. Sehr gut. Willst du mit dem Schild voran? Ja. Ey, mach das. Hallo. Oh, da ist einer, ja. Der geht auf den Ground, der ist, glaube ich, ready. Ah, moll. Wie krieg ich die denn auf, indem ich schon kurz tabbe? Da muss ich der länger gedrückt halten. Du kannst ein bisschen, du kannst mit dem Falltast mit W ein bisschen reinkommen. Nur ein bisschen rein. Okay. Pass auf, dass da hinten keiner spawnt, ne? Das machen die sehr gerne. Spawnen? Ne, hier ist keiner. Sorry, ähm. Nicht spawnen, wie heißt das auf Deutsch? Ja, um die Ecke kommen. Erscheinen. Ne, ich weiß schon, was spawnen heißt, aber es ist ja komisch, wenn der da spawnt. Du meinst, der kommt um die Ecke, oder? Genau, Entschuldigung. Ne, für dich ist es quasi ein Spawn, weil der, ne, ist egal. Boah, schwierig. Ja, das Denglish ist echt. Hier war, hier war letztens einer. Denglish ist real. Ne. Okay, hier bin ich. Keine Sprengfalle. Let's go. Holte Schade. Hey Leute, wir sind schon voll weit gekommen. Ja. Warte, hier ist noch eine Tür. Ich guck, ich guck mit der Kamera. Es scheint clear zu sein. Ich guck mal, ob er nicht doch vielleicht links um die Ecke. Keine Sprengfalle. Oh, da ist einer. Der sieht aus wie ein Terrorist, der hat eine Waffe. Er ist weiter rechts durchgelaufen. Ich hätte ihn erschießen sollen. Mein Fehler. Hat der auch eine Waffe gehabt? Ja. Okay, gut. Rechts durch die Tür ist ein Terrorist durch. Ich trottel, hätte ihn erschießen sollen. Alles gut. Ich habe es auch gesehen. Ich habe auch nicht geschossen, wenn ich nicht sicher war. Können wir von der Tür geradeaus vielleicht in den Raum kommen? Wir müssen mal gucken. Sollen wir den kurz fesseln? Ja. Moment, nur nicht gehen. Weil vielleicht kommen wir von dem Raum auch rein. Soll ich mit dem Schild vorgehen vielleicht? Ja. Okay, let's go. Paul, kannst du diese Tür hier sichern? Ich glaube, es kann sein, dass er hier durchkommt. Er ist ja die. Die hier, ja. Okay, ja, hier ist er. Es geht hier um die Ecke. Ja. Da ist er, da ist er. Er steht direkt da. Hier, er schießt auf mich, er schießt auf mich. Ich mache den platt. Seid ihr hinter mir? Ich gehe nochmal vor. Ich sehe gerade nichts. Der kommt nicht. Der lädt nach, der lädt nach, der lädt nach. Der lädt nach. Ihr könnt voll easy erschießen. Ja, sehr gut. Hey, das Schild ist geil. Da kann ich euch genau sagen, was der macht. Oh, jetzt kratzt es sich am Rücken. Was? Wer? Was? Das war ein Spaß. Wie kriegst du denn da? Und ich wollte es auch noch sehen, ich trottet. Zeig. Das ist eigentlich viel Besorgniserregender, dass ich sehe. Was? Die Animationen gibt es. Jetzt zieht ihr die Hose aus. Wir haben Terroristen direkt hinter der Tür auf ziemlich 12 Uhr etwas links. Soll ich vorgehen? Ich versuche mal durch die Tür zu schießen. Oder warte mal. Kannst du gleich durch die Tür schießen? Ja. Pass auf. Sekunde. Wir machen einen Trick. Haben wir mit Schlor auch immer gemacht. Warte, warte. Ich sage es dir gleich. So. Oh, jetzt. Schieß mal direkt auf die Tür auf 12 Uhr. Einfach draufknallen. Ja, einfach volle Kanne. Okay, jetzt. Jetzt. Volle Kanne. Passiert nichts. Ey, da ist eine Eins. Es ist nichts passiert. Ich schieße nochmal drauf. Ey, das kann doch nicht sein. Der steht doch direkt davor. Oh ja, das hat funktioniert. Ich hoffe, ich habe nicht den Zivilisten dahinter. Ah, ich bin tot. Oben im ersten Stock, da sind ganz viele. Geisel und böse und von Amazon. Also doch böse. Scheiße, Mann, ich bin so weit gekommen. Ja. Mann, ey. Du bist du nicht bei uns geblieben. Wieso bist du nicht bei uns geblieben, Paul? Ich dachte, ihr wärt bei mir. Hey, Mann, wieso? Chill doch mal. Wieso läuft der? Als hätte er sich in die Hose geschissen. Wo ist das? Wie ist das in der Botzing-Sheet? So, jetzt. Das ist mir wurscht. So, wir gehen hoch. Wir rächen, Paul. Geht mal hoch. Ich habe da schon alles freigeräumt. Außer ein paar böse. Sollen wir hochgehen oder sollen wir hier weitermachen? Hm, wie du magst. Ich glaube, wir haben es hier eh gleich gekleert, oder? Nee, wie du magst. Wie du magst, Kaya. Also hier ist, glaube ich, der Außenbereich. Da ist nie jemand gewesen, wenn ich mich recht erinnere. Hier müssen die Treppe hoch. Da sind die. Aber von innen, nicht von außen. Von innen. Alles von innen. Hier wird alles von innen gemacht. War hier hinten noch eine Tür genug? Nee, hier ist noch... Lass uns ganz kurz hier sweepen. Sorry. Lass uns hier ganz schnell durchgucken. Ja, lass uns sweepen. Sweep, 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 sweep. Ja, sorry. Wenn du Spiele auf Englisch spielst, dann gewöhnst du dich halt. Ja, so ist es halt. Dann raschen wir durch. Ja, genau. Warte, keine Sprengfalle. Alles gut? Waren wir hier schon? Ja, da ist die Tür explodiert. Das sieht ja nach Paul Panzer aus hier. Ja, das ist wirklich so richtig schön. Das war ich. Sag mir, dass Paul Panzer hier war, ohne mir zu sagen, dass Paul Panzer hier war. Ähm. Moment. Wir müssen wieder rum, ne? Ja. Sekunde, hier. Hier ist auch noch eine Tür. Ist die uninteressant? Äh, die ist offen. Die sollen wir schon durch. Den hab ich doch eben gefesselt, den meine. Den kenn ich doch wieder. Herzen! Äh, scheiße. Nee, hier. Hier, sorry. Ich hab... Hier rechts rum, genau. Ihr müsst noch eine Etage höher. Ja, wir kommen. Eine Etage höher! Ja, hier! Hä, wo bist du denn jetzt lang gedüst? Hier. Hier, äh, Gnu. Komm. Komm zurück. Ah, ja. Ja, das ist hier ein bisschen... Langsam und Kaya. Da bist du hoch. Da, Treppe. Und da sind die... Das hab ich da im Kuvert hingelegt. Das ist Geld drin. Toll ich... Äh, äh... Du bist da hoch. Und jetzt sag ich... Kaya, gehst du mit dem Schiff voran? Ja. Kaya, geh rechts, geh da hoch. Da ist noch nix. Da könnt ihr hochgehen. Okay. Ihr könnt da hochgehen. Aber ich will trotzdem schon mal ein Schild rausnehmen. Nein. Ihr könnt da hochgehen. Ihr könnt da hochgehen. Ja. Ich bin hochgegangen! Ihr könnt hochgehen, mein Ass! Da ist er! Ihr könnt hochgehen, mein Ass! Na ja, gut, wenn ihr nicht reagiert! Oh Gott! Oder Teammate! Antimate! Ihr könnt hochgehen, das passiert nicht! Das ist echt Antimate! Bum, 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 bum! Aber wie machen wir das denn eigentlich, wenn jetzt zum Beispiel die Terroristen uns abknallen? Können wir die trotzdem dann überführen, ohne sie zu töten? Oder müssen wir so schnell sein, dass sie die Waffe nicht ziehen? Also was die manchmal machen ist, wenn du an die Terroristen rankommst und du drückst T für Get Down on the Floor, dann machen sie das manchmal und dann kannst du sie detainen und davon brauchen wir drei. Wir brauchen drei Terroristen! Die Tür geht auf! Alter, Gnu, wie geil war das denn? Du hast dich gerade zu mir umgedreht, die Tür ging auf! Der müsste tot sein, der müsste tot sein! Klippen, klippen, klippen! Ich will den haben! Ihr müsst hier klippen, Mann! Wie geil ist das denn? Du drehst dich um und in dem Moment kommt dieser... Jo, sehr gut! Das war doch einer, ja! Ich nehme mir wieder meinen Schild in Lauf vor, okay? Wo ist Paul schon wieder? Hinter dir! Okay, sehr gut! So, hier war letztes Mal auch einer! Ja! Okay, clear! Ist es clear! Super, Leute! Ach, Report nicht vergessen! Ah, Flashbang! Wir dürfen die Blendgranate nicht vergessen! Wie war das gemacht? Mit B oder mit G? Mit G! Ja, stimmt! Bei Rainbow Six war es halt B, deswegen komme ich immer tueinander! Man kann auch hier durch die Fenster schauen, dann habe ich vorhin zwei, drei Leute rumrennen sich... Blendgranate! Oh nein, du hast mich geblendet! Hier ist einer drin! Hilf, ich sehe nichts! Sag bloß, ich habe den jetzt getroffen! Ja! Ernsthaft? Oh mein Gott! Nein, du hast ihn getroffen, das war ein Terrorist! Wie krass! Warst du durch die Blendgranate durch? Ich habe nichts gesehen, deswegen habe ich einfach irgendwo hingestellt! Ich habe ihn da stehen sehen, deswegen wusste ich schon, ich bin am Arsch! Du bist einfach in meiner Hand super! Ah ja, super, du ich sagst, okay! Wo bist du? Alter, da unten haben wir alles durch, ne? Ich glaube, die Eiltür noch nicht, aber das können wir am Ende auch noch machen! Ah, hier steht keiner! Aber wir müssen ganz kurz gucken! Nein! Alles andere, F! Stimmt, wir müssen auch die Waffen von denen beschlagnahmen! Haben wir das gemacht? Ja, aber das ist, glaube ich, nur ein Bonus-Ding! Aber ja, wir sollten alles... Okay, hier scheint keiner zu sein! Oh! Okay, die Treppe sieht gut aus! War hier nicht noch eine Tür? Hier ist eine Tür! Wollen wir mal kurz? Ja! Hä? Moment! Nee, dadurch sind wir durchgekommen! Wo bist du genug? Ach, da hinten! Ja! Da sind wir noch gar nicht! Okay! Paul, komm! Kommen Sie bitte! Hier ist nix! Nix! Soll ich sonst vorgehen mit Schildi? Ja! Okay! Wollt ich gucken mal, um die Tür schnell durch? Sekunde! Weil das ist der Außenbereich, da ist eigentlich nie jemand! Außer vielleicht eventuell eine Sprengfalle! Okay! Nee! Nee! Alles gut! Hm! Also man kann ja außen hoch, aber lass uns drin weitermachen! Oder sag mal raus! Außenrum! Können auch außenrum gehen! Ja, ist so! Gut! Dann gehen wir außenrum! Komm, machen wir mal! Einmal außenrum! Einmal außenrum, Freunde! Aber ein Gnu hat das Schild! Ja! Ladies first, please! Oh, da ist einer! Der wird schießen! Das ist 100 Brunnen! Im Außenbereich? Ja! Habe ich noch nie gesehen! Also wenn ihr den detaillen könnt... Ja, der ist reingegangen! Der ist aber... Ich mach mal ein Schild! Aber der hatte eine Sturmmaske auf! Ja, aber der muss bewaffnet sein! Aus irgendeinem Grund haben in diesem Spiel auch Zivilisten! Warte, ich guck unter die Tür durch! Ja, weil die Tür... Ah, in dem Raum ist... Keiner! Es kann sein, dass er um die Ecke... Äh, um die Ecke steht! Ich guck mal kurz, ob... Okay! Es kann sein, dass er rechts rum ist! Pass auf! Ja, ich zieh mal das Schild und du kommst direkt mit! Ist links, rechts ist auch noch was, ne? Okay, hier ist er nicht! Also richtige klassische Kack-Situation! Ja! Er ist nicht da! Komm direkt hinter mich! Da ist er! Okay, Zivilist! Okay! Okay, lass sie mal covern, die beiden! So! Let's go, meine Freunde! Tatsächlich hat er ihnen zwischen die Beine geschossen! Was meinst du? Was? Wer hat wem? Wer hat wem zwischen die Beine geschossen? Muss ich das mal? Soll ich vorgehen? Warte! Warte! Keine Sprengfalle! Okay, gut! Da ist einer mit Shotgun! Ja! Oh, shit! Also, was wir machen könnten, wäre... Jo! Ähm, ich guck mal ganz kurz um die Ecke! Warte, ich seh grad nichts rauchen! Moment, warte, 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 warte! Ist da einer? Ne, okay! Also, wir können jetzt zusammen hier rein! Ich piek kurz rein, wo er ist! Und dann machen wir ne Flashbang! Und dann ballern wir alle drauf! Okay, da steht da, ist ein Zivilist, Vorsicht! Ist er durch die Tür, durch die Tür, wo du stehst? Ja, da ist aber ein Zivilist! Oh, pass auf, dass du den nicht erwischst! Der ist hier in der Ecke, der Typ! Ich seh den! Hinter dir ist einer Kaya, hinten! Ja, der steht hier in der Typen an der Ecke! Ich hab ihn, ich hab ihn! Zivilist hab ich! Der bemerkt mich grad auch nicht! Das heißt, ich erschieß den jetzt einfach! Nein, ich versuch ihn! Wir brauchen drei lebendig sozusagen! Also, wenn's geht! Ansonsten, warte kurz, warte, ich komme! Wo ist er? Direkt da an der Ecke! Und er hat uns halt jetzt noch nicht bemerkt! Ja, ich seh ihn! Er klippt hier durch die Tür, er klippt hier durch! Ich seh ihn! Er ist direkt hier! Ne, er wolle... Ah doch, er geht, er gibt sich! Geil! Okay, Moment! Sehr gut! Einen haben wir schon mal! Das ist doch gut! Okay, geil! Hast du auf ihn, hast du auf ihn geschossen? Er hat sich ergeben, oder wie hat er das jetzt gemacht? Ich hab keine Ahnung, der ist einfach dann noch down gegangen! Das war, glaub ich, jetzt lag, dass ich ihn nicht getroffen hab! Soll ich wieder vorgehen mit Schild? Ist echt gut! Ähm, ja! Okay, hier ist keiner! Schade, dass er nicht anzeigt, wie viel wir schon haben! Also, wir haben einen, haben wir, ne? Ja! Und wir sind alle drei noch am Leben, das gibt's ja gar nicht! Geil! Das wird doch immer besser, Leute! Okay, hier scheint keiner zu sein! Gucken wir mal, ob's eine Sprengfalle gibt! Nein! Ah, die Waffe müssen wir noch nehmen von ihm, genau! Wo ist sie denn eigentlich? Ah! So, sehr gut! Hat ne, die Waffe müssen wir mitnehmen! Mann, dieses Pieken, ey! Das gibt's doch... Jetzt... Ich hör Schritte, ich weiß nicht, weshalb wir sind... Soll ich kurz reingehen mit... Warte, ich, äh, da ist... Nein! Kaya, das gibt's doch gar nicht! So, jetzt... Gucke, Sprengfalle ist nichts! Okay, du kannst voran! Es ist aber keiner mit der Kamera, zumindest! Ist ein Zivilist, oder wie? Ich seh' gar niemanden! Okay! Paul, sagst du das die ganze Zeit? Hands up! Nee, ich sag das! Weil ich geh' ja vor, ich will gucken, ob die... Also hier ist keiner drin! Erste Tür ist keiner mit der Kamera! Zweite Tür ist keiner mit der Kamera! Aber manchmal verstecken die sich, also passt auf! Und guckt nach Sprengfallen! Manchmal sind die auch auf der anderen fucking Seite! Also hier ist keiner! Nee, hier auch nicht, hier auch nicht! Okay, gut! Dieser Raum ist, äh, clear? Sauber? Clear! Okay, Lockpick! Sehr schön! Ey, Leute, wir kommen echt weit! Achtung! Achtung! Lass mich vor! Lass mich vor! Warte, ich gucke Sprengfalle! Keine Sprengfalle! Geh vor! Oh, da ist einer! Der hat eine Waffe! Der hat eine Waffe! Schieß ab! Schieß ab! Der hat eine Waffe! Der hat eine Waffe! Okay, okay, okay! Okay, wo steht der? Der ist jetzt nach links! Da kommt er aber nicht rum, da ist zu! Okay! Doch, der ist da rein! Der ist in der Tür! Die Tür rein! Ja, 100 Pro! Oh, shit! Okay! Weil hinter die... Ja, der steht da! Der steht da! Ah! Fuck, 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 fuck! Ist er hinter der Tür oder wo genau? Der ist direkt... Das war's, oder? Der Arm! Ich seh seine Waffe, ich seh seine Waffe, das war's! Ich seh seinen Arm, der rammelt da drin jetzt rum! Oh mein Gott! Was macht der denn da? Ja, der klippte durch die Tür, also hab ich drauf gehalten! Okay, die Waffe nehmen wir mit! Paul, bist du noch da? Die machen wieder unanständige Dinge hier! Also, das Schild ist Gold wert! Ich nehm das jetzt die ganze Zeit mit! Wollen wir... Hier geht die Treppe rauf! Wollen wir hier noch weiter gucken, oder? Nee, das ist kein Trepp! Ah, das sind nur die Tür, die da rein... Okay, gut! Ich guck mal mit der Cam! Das wird jetzt unser Run, Leute! Ja, das wird's! Ein helftes Händchen! Hier ist keiner! Ich guck mal schnell hier weiter! Äh, da waren wir schon, das sind Zivilisten! Guck mal, Sprengfalle! Nein! Okay, hier waren wir schon! Okay, gut! Dann ein Stockwerk hoch, oder? Also hier, seid ihr hier schon durch? Ey, die Hand da aus der Tür! Achtung, Achtung! Keine Sprengfalle! Danke, Kiosk Kalle! Dankeschön, Juki! Danke, Marie von Fotografin! Danke, Girls! Dankeschön, Clara Papara für 1000 Bits! Hier waren wir doch gar nicht! Wo bist du? Nee, hier geht's auch gar nicht lang, sorry! Wir gehen jetzt die Treppe rauf! Wo war die denn? Okay, sie war hier, ähm, wenn wir da einfach langlatschen! Sie hat Spaß da drin! Ready or not? Ja, genau! Ja, ja, Cam! War es nicht irgendwo hier? Wie geht Liedtext? Ready or not? Ready or not? Ready or not? Maul hinterher, Paul hat recht! Here I can! You can hide! Pass auf! Ich, mach wieder! Okay! Oh ja, da waren wir schon! Die? Geht die auf? Ja, die! I f*** your head? Yeah! Above your head? Nein, I f*** your head! Das will ich sehen! Okay, ich geh hoch, ja, da werden es gleich... Oh, hier ist einer! Den könnt ihr kurz mal fesseln und ich geh weiter vor und guck schon mal ganz vorsichtig! Hands up! Get on the ground now! Hands up! Above your head! Talk to the new team! Hier ist noch eine Tür, ich guck mal schnell, aber ich glaub, das ist der Außenbereich! Put your hands up! Oh shit, wir haben hier eine Bong! Also hier oben ist keine... Eine Bong? Hier ist keiner! Eine Bong! Nein, hier war eine Trap, sorry! Okay, also hier ist nur eine Tür, die zu ist, das ist, glaub ich, das letzte Stockwerk! Okay, ich guck mal ganz schnell den Außenbereich hier an, aber ich glaube, das ist... Ey, die ist geboobytrapped, die ist verschlossen, what else? Vorsicht, dass hier keiner ist! I f*** your head, ey! Fällt dir, ne? Ja, das find ich lustig! Das kommt so unerwartet! Hm. Der B*** ist schon Göpfel! Oh, wir müssen zu wenigstens die Feste werden! Da hat sie nicht hier ständig vor die Flinte rennen, glaub ich. Also das Spiel verlangt das einfach. Oh, da ist, glaub ich, einer, oder? Hier ist eine Tür, die haben wir noch nicht aufgemacht. Okay, da rennt eine weg, beide gehen runter, keiner macht was. Okay. Lücken sich beide sehr gut, ich seh nichts, hier ist so... Da, alle gehen runter, alles vier geißeln, könnt ihr alle jetzt... Ah, das ist der riesen Geißelraum hier, ne? Ja, der riesen Geißelraum, ja. Gut, ich sichere mal die Tür, oder da, Gnu, sichere du die Tür und wir fesseln. Ja. So, hier ist auch kein Sau. Die bewegen sich, die bewegen sich, Achtung! I f*** your head. What's your f***ing problem? Okay, sehr schön, das macht ihr sehr gut. Da müssen jetzt hier noch einige Gangster rumlaufen. Ich glaub, hinter der Tür zum Beispiel könnt's gut abgehen. Oder? Ihr auch. Welche Tür machen wir jetzt als nächstes auf? Die? Ah, hier, hier, die da. Die haben wir noch gar nicht. Ich piek mal schnell durch. Hier müsst ihr immer reporten, ne, wenn ihr sie gefesselt habt. Ja. Okay. Okay, ich guck durch, Sekunde. Oder ist das eine Tür, wo ich... Ne, kann ich nicht. Okay, dann müssen wir die da hinten machen, da gibt's noch eine hier. Warte. Ah, keine Sprengfalle, geh mal durch. Hier gibt's noch eine. Wo bist du jetzt? Ach, du hast die aufgemacht. Lass mich mal kurz begehen. Moment, ich dachte du... Okay, Moment. Boah, das ist so richtig neblig. Hier ist einer. Ja, die geht down. Eine geht down, das ist gut. Get down. Get down. Das ist die im Bikini, die ist für Paul. Ja. Und da hinten wird wieder gerammelt, hört ihr das? Mit der roten Unterhose, die. Da geht's wieder ab, Vorsicht. Oh, ich seh hier, ich seh... Ich hab einen Zivilisten, ich seh es durchs Fenster, er geht runter, er geht runter. Was geht denn hier eigentlich grad ab, da nebenbei? Wer schießt? Wer schießt? Oh, da ist einer, da ist einer, da ist einer nach links gelaufen, Vorsicht. Ich glaub, ich hab einen Terroristen platt gemacht, ich hoffe, es ist ein Terrorist gewesen. Nein, es tut mir leid. Oh, da kommt einer, Moment. Terrorist. Scheiße, ich hab einen Zivilisten erschossen. Oh nein, scheiße, er wollte sich ergeben, aber es war ein Terrorist, ist okay. Aber er hätte sich ergeben, kacke, ich war... Sorry, ich hab einen Fehler gemacht, ich hab einen Zivilisten erschossen, der stand direkt hinter euch. Ist nicht schlimm, das gibt nur Punkteabzug. Ja? Ja. Die Mission ist nicht beendet. Nein, nein. Ähm... Aber der hat doch... Der Terrorist hätte sich ergeben. Sekunde, das war ein Terrorist, ich hab seine Waffe gerade. Ich hab euch gerade den Arsch gerettet, Leute. Ja, der wollte sich ergeben, deswegen hab ich nicht geschossen. Save our ass baby. Wer wollte sich ergeben, der in der Tür? Nee, der, der hier liegt. Aber nicht schlimm. Achso, dann reden wir von zwei verschiedenen. Ich find's nur schlimm, dass die hier so laut rumbomben da unten. Kann nicht der Frau hier irgendwie meine Visitenkarte... Die hatte ich, ich will's dir gar nicht sagen, aber die hatte ich Loser genannt. Wen? Mich? Das wird ihr drauf steuern, oder? Ich hab's dir doch gefestigt. Äh, Knu, 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 hast du diesen Typen hier gesehen? Knu, Knu. Er stand direkt an der Tür. Ah, nice. Hinter euch. Voll gut, das ist wirklich gesaved. Nice, hast du gut gemacht. Nice, seriously. Ja, ich will auch mal gelobt werden. Das ist hier in so selten guter Aktion von mir. So, wir gehen hier rein, oder? Das ist ein nächstes... Naja, der Chat hat's gesehen. Da ist... Achso, da waren wir schon drin. Pass auf, Sprengfall oder irgendwas, ne? Ja, nee. Okay. Ja, da waren wir schon. Ja, okay, dann gehen wir wieder zurück, oder? Okay, ja. Also haben wir nur eins erschossen, da vorne. Also ihr, ich nicht. Ja, das war... Nee, wir haben... Also ich hab dann keinen erschossen, das war ein Terrorist hier. Was, ihr? Ja, auch. Ja, dann haben wir keinen Zivilisten. Nee. Dann ist alles gut. Aber der wollte sich halt ergeben, und das brauchen wir, deswegen meine ich. Das ist richtig. Geht hier noch irgendwas auf? Was ist das für komische Gehäuse? Ja, der da unten hat doch noch Spaß mit der Tür. Also, so weit waren wir noch nie, ne? Nee, voll geil. Ihr müsst noch unten, glaub ich, den einen Raum clearn, und ansonsten... Das hört sich wirklich spaßig an. Aber wir haben nur ein Suspekt, haben wir gefesselt bis jetzt, von dreien, ne? Ich weiß, deswegen hätt ich den nicht töten sollen. Oh, warte, ich geh mal vor. Ja, ja, ich f*** your head. Aber jetzt mal ohne Scheiß, ähm... Wir brauchen noch zwei Terroristen, lebendig, ne? Ja. Ich hör auf hier einen, warte mal. Vorsicht, Granari. Ist da ein Terrorist drin? Ich seh nix. Hier ist halt auch ne Tür, aber gut, ich guck mal, hier ist niemand. Oh, das ist aber nicht Paul Panzer, doch ist er. Der berühmte Paul Panzer, der ist auch schon ein Jahr auf Twitch, was wollt ihr eigentlich, Leute? Hier geht's noch weiter. Hinten sind zwei, drei. Wo? Ich drück immer R statt E. Achso. Ah, die haben wir alle schon, genau. Aber hier geht's noch weiter. Knien die da um. Ich schau mal unter die Tür. Ich hab hier einen höchstwahrscheinlichen Terroristen direkt vor der Tür. Okay, dann lass mich mal kurz mit meinem Schild. Er hat ne Maske auf und ne Lederjacke. Also ich glaube, wenn wir den dazu kriegen, sich zu ergeben. Okay, ich probier's noch mit meinem Schild, ja. Ich probier's noch mit meinem Schild, ja. Schau mal, ob er reagiert auf dich. Paul, wo bist du? Ja, hier vor der Tür, von der wir reden. Moment, ich kann grad nix mehr sagen. Die Tür hier, die Tür. Er schießt schon. Warte, wer schießt da? Ich hab einen Terroristen. Aber wir wollten den lebendig, aber gut. Ne, ich nicht. Ist er das? Ja, ne? Komm, Junge. Es war auch ein Terrorist. Okay. Ähm, dann... Lass mich mal kurz vorgehen mit dem Schild. Ja, ich glaub, ich... Ich glaube, da waren wir schon da hinten. Aber egal. Ja. Ja, alles klar. Ne, da waren wir noch nicht, aber es ist trotzdem keiner da. Gut. Paul, hast gut erschossen. Unten ist noch eine Tür in der großen Halle, wo wir noch nicht rein sind. Weiter nach oben geht's nicht mehr, ne? Haben wir vielleicht irgendwas übersehen? Ja, es kann einfach nur sein, dass die Mission nicht beendet wird, weil wir einfach... Arrest-Free-Suspects ist durchgestrichen. Weil wir haben alle erschossen. Aber trotzdem, wenn wir... Ist es nicht so, dass wenn wir alle gefunden haben, also wenn wir wirklich, ob tot oder nicht, wenn wir alle gefunden haben, dann ist die Mission beendet. Wir müssen die halt nur alles finden. Also was ich... Es sieht wohl danach aus, dass wir alle Suspects erschossen haben und deswegen ist die durchgestrichen. Klar, sonst wäre ja noch... Aber wir könnten jetzt noch Zivilisten noch securen und das war's dann. Aber ich glaube, es gibt keine Türisten mehr, sonst macht das keinen Sinn. Türisten. Ich glaube, wenn wir das gemacht haben, dann wird nämlich... Genau. Da geht's, da geht's nicht. Ich will einfach nur eine Mission complete. Lass mich durch. Ich dräng dich runter. Hör auf, du bitte. Du musst dich in den Anstieg stellen. Nein, zurück an die Schlange. Geh runter. Er schießt der mich, Paul. Er schießt der mich, Paul. Ich echt diesen, Paul. Wir können die Mission noch gewinnen. Hör auf, du schießt. Na, dann mach mich nicht rot. Ach, du Scheiße. Okay, lass es mal schnell rausgeben. Meine Güte, das war nur Pfefferspray. Nein, es war rot. Unten gibt's noch... Paul, hör auf. Wir können die Mission das erste Mal gewinnen und er schießt mich nicht. Paul. Fuck off. Unten gibt's noch einen Raum, den wir noch nicht geguckt haben. Okay, okay. Also ich denke mal, es gibt keine Terroristen mehr, weil wir können keine... Terroristen, weil wir können... Wie geht's nicht los? Es gibt keine Terroristen mehr. Irgendwann nicht, ich hab keine Ahnung, wo es lang geht. Ja. Der hat mich vollgezogen. Kein Terroristen. Hör auf jetzt. Alter. Terroristen. Wir haben die Mission eigentlich gewonnen. Wir müssen nur noch zwei Zivilisten oder so. Müssen wir noch mal Panzerlauten bringen. Geh, das sind Terroristen. Wenn du mich jetzt erschießt... Mach ich ja nicht. Ich schupps dich nur. Geh. Police. Terroristen. Mein rechter Arm ist übrigens komplett lädiert. Den hast du weggeschlossen. Hör auf. Warum? Ich bin Terrorist. Jetzt ist er wieder wach geworden, ne? Hier geht's auch noch hoch. Mal gucken, ob wir... Irgendwas haben wir vergessen, oder? Ach, hier waren wir nicht? Doch, doch. Paul, was hast du gemacht? Du hast mich geboxt, Paul. Ich hab dich gegen die Säule gestoppt. Doch, hier waren wir. Wenn du mich noch einmal boxt, bin ich tot. Nein. Ich bin... Hör auf. Wir haben die Mission doch schon längst geschafft. Ja, wir haben doch gewonnen. Ist doch schön. Aber lass uns doch noch die Zivilisten... Oh, hier. Warte. Moment, Moment. Hier ist noch ein Terrorist. Nein. Ich versuch kurz ihn. Ja. Super, Kaya. Not friendly. Not friendly. Aber wieso ist denn dann die Mission durchgestrichen, wenn es doch Terroristen gibt? Also, der wollte sich nicht retten. Oh, scheiße. Du bist tot? Moment. Dann gibt es Terroristen, die sich ergeben und die, die es nicht tun. Ja. Und der eine, der sich ergeben wollte, den hab ich ja jetzt schon erschossen auszusehen. Ich glaub, alle drei, die sich ergeben wollten, haben ja zwei von denen erschossen. Ja, den einen hab ich vorhin erschossen auszusehen, ja. Ist aber auch schwierig. Ja. Ja, da wollte ich nämlich auch mit euch rein. Da ist jetzt der Letzte gewesen. Darüber wollte ich auch mit euch reden. Ach, scheiße, du. Das war's, gell? Nee, ihr könnt weitermachen. Ich bin ja nur tot. Ich schockaier halt tot, gell. Ja, aber macht's zu Ende. Macht die Mission zu Ende. Vielleicht sind wir beide allein. Also, wir haben alle Objectives, haben wir übrigens, äh, also eigentlich können wir aufgeben, wir haben alle Objectives nicht geschafft. Was heißt denn, wir aufgeben? Naja, es steht, bring order to chaos, arrest and neutralize any contact, das sehen haben wir nicht geschafft. Free Suspects haben wir nicht und rescue all civilians haben wir auch nicht. Anscheinend haben wir auch einen Zivilisten was gemacht. Oh, hier ist eine Falle. But you don't succeed. Schau mal bei den Lastwagen, Paul, dass da keiner durchkommt. Äh, also geiern die jetzt noch irgendwo rum? Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob da noch irgendjemand rumgeiert, weil wir haben alle Objectives. Aber wie kommen wir jetzt raus? Also, es ist ja eigentlich normal, müssen wir jetzt wieder zum Standpunkt und fahren, oder? Ich glaube, es spielt keine Rolle, ob wir in die Lobby gehen oder restarten oder so. Das ist jetzt eigentlich vorbei. Oder hört das von alleine auf? Gibt das Game auf? Ah, hier waren wir noch nicht, schau mal. Abvote, ah, wir müssen ein Bild aufdrücken, abvoten. Warte, warte, hier waren wir noch nicht drin, vielleicht ist hier noch was. Ey, äh, Leute, das Abvote ist noch gar nicht da, sonst müsste ich das auch sehen, oder? Ah, you have completed the mission, steht da. Aber Abmode geht, es geht kein Abvote. Wieso geht's nicht? Könnt ihr Abvote drücken, ein Bild ab, meine ich? Wo, wenn ich was mache? Äh, Bild auf, Page up, was auch immer. Den Screen, weil ihr habt ja nicht, wahrscheinlich, weil ich tot bin. Kann ich nicht mehr voten. Ab der Links oben stehen, ähm, vote, vote to end the mission. Ja, ja. Dann drück Bild auf, Bild ab. Es ist direkt neben Entfernen, Ende, Paul, für dich. Was? Ah, okay, ich hab's gemacht. Wir haben also nichts geschafft. Ja, geil. Das war, auch, es hat Bock gemacht, Leute. Jetzt seid doch nicht so negative. Nein, so weit waren wir noch nie. Aber weißt du, was mich genervt hat? Dass dieses Objective, ähm, Arrest the Suspects, war durchgestrichen. Und ich dachte, das heißt, es gibt keine Terroristen mehr zum Behaften. Aber ich glaube, es gibt nur drei, die man verhaften kann, wenn wir dann zwei von denen erschießen. Ja, genau. Einen hab ich leider erschossen. Der hat schon die Hände hoch, hat seine Waffe fallen lassen, hab ich ihn leider schon erschossen. Ja. Aber voll geil. Ich würde das gerne wieder mit euch spielen. Was? Ihr habt alle Ziele ge... Was? Das durchgestrichen heißt, dass wir es geschafft haben. Echt? Oh, sorry, ich hab das falsch ge... Ja, warum ich stehe so ein roter Strich da durch? Aber wie hätten wir jetzt aus der Runde raus können? Dann haben wir auch. Wir haben ja auch alles geschafft. Die Mission ist... Es war erfolgreich! Es war erfolgreich! Geil! Das war durchgestrichen. Ich will einen grünen Haken sehen und nicht einen roten Strich. Aber die Frage ist, beendet sich die Runde da nicht selber oder wie oder was? Nee, du, ich glaub, du musst dann voten. Ich hab auch gedacht, die beendet sich selber. Hätte ich nicht gedacht, wir haben sie geschafft. Geil! Wir haben die Suspects arrested, obwohl ich das nicht glaube. Wir wurden auch gut bewertet. Juhu! Mit C. Applaus, Applaus. Durchgekriegen heißt erledigt. Geil. Knut, danke dir. Lass uns auf jeden Fall nochmal dranbleiben. Gerne wieder. Danke. Tschüss, schönes Wochenende. Tschüss, tschüss. Ihr auch. Macht's gut. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. Musik Untertitelung des ZDF, 2020